auch ein gutes zeichen als der liebe genau ein zeichen der liebe Wolltest du mal mit? Ein Hummel? Ja, eigentlich sind sie gar nicht fällig jetzt. Ich weiß gar nicht, warum ich sie nicht nenne. Es kommt zu viel ab. Boah, wie richtig diese Kaktus ist. Ja. Über die Kaktus. Richtig krass. Wir sind hier. Krass, ne? Wo war es? Das Restaurant? Ja, okay. Ja, das Ding zieht man so. Können auch runter. Das ist tief runter. Ja, und das ist auch nicht so gerade so hoch. Hallo. Oh. Klingt schon ein bisschen so. Da hast du das wieder, wenn ich hier runter schaue. Hallo? Hallo? Ja. Du kannst ja auch am Start. Hier riecht es lecker, deswegen ist sie am Start. Genau. Geht es weiter runter? Ja, machen wir. Ja. Wie ist das? Oh, da driftet jemand mit dem. Oh, ja. Motorrad. Aber nicht wirklich. Also er fährt nur so ein Kreis. So, das geht es hier. Die Taube ist auch am Start. Da oben auf dem Ding. Ah, ja. Wir wissen, was läuft. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. So krass. Wie weiß, alle Häuser sind so ähnlich. Dass die noch so ähnlich zueinander sind. Weißt du, ich meine? Ja. Sag ich mal, mit Prag sieht alles ein bisschen schon anders aus. So. Mhm. Auch ähnlich eigentlich auch schon ziemlich ähnlich. Ja. Nicht so weiße Häuser. Ja, nee. Eher so verschiedene Farben halt. Ja. Aber es hat was für nichts. Die Steine aus. Stimmt, ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Es sind auch die Steine. Ja. Aber da ist ein pinkes Haus. Ah, ja. Ich sehe. Auch da wurde. Ja. Hier ist die Gondel quasi. Wir haben mit der Gondel runterfahren. Ja. Cool. Aber da geht es doch weiter. Es ist auch gespürt. Ja. 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 Aber trotzdem. Ja, die obere. Versuch es mal. Weil hier. Nicht so gut. Schön. Schön. Ja. Ich finde es schreckhaft. Hier. Hi Kitty. Was hat sie da? Weiß nicht. So wie ein Kekchen oder? Wie ein Kekchen. Wie ein Sohn. Jetzt geht es mit einem Vogel oder so. So. Der Vogel weiß es doch. Wo ist er? Wo ist er? Ein paar süß. Aber mit einer kleinen Zeit. Ah ja. Jetzt hat sie den Vogel. Ja sauber. Gätsilein. Jörg. Wie einfach? Wie ein Kekchen. Wie ein Kekchen. Wie ein Kekchen. I morgens. Hei, ich habe noch shade. Wie ist er? Ich habe schon gerade gedacht, dass ich es wäre. Ich bin viele. Du kriegst so viele Kerzen wie ein Kaktus. Das ist so schön. Oh, ich habe einen Kaktus. Ja, ich habe einen Kaktus. Ja, ich habe einen Kaktus. Ja. Folha. Die Stufe? Die Stufe Hallo? Komm, Mann! Oh, die Knochen! Sieht, das ist mein Slime! So süß! Ja! Ja, ja, ja! Ja, so süß! So süß! Endlich ein Ketzilani zu treiben! Ich wollte meinen Ketzilani zu treiben! So süß! So süß! So süß! So süß! So süß! Ja! So süß! So süß! So süß! So süß! So süß! So süß! Ja! Hat ihr nicht gefallen oder wie? So süß! So süß! So süß! So süß! So süß! Zo! So süß! Hallo! Das hat ihr ihr ganzes Geruch auf uns verteilt. Wieso, jetzt gehörst du mir. Hast du es gesehen? Ja. Schon frech. Schon frech. Aus dem Mix. So, hey, was habe ich jetzt gemacht? Hi, hi. Jetzt ist es überleidig. Ja. Sie sehen jetzt, wo ist mein Essen? Ja, ja. Deswegen hast du nicht gebetscht. Mutet sogar. Oh. Ist okay. Nein. Ja, kann sein. Die haben auch in ihren Nägeln dieses Speichel... ...geruchst. Ja. 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 Weil kann mit der Hand verstreifelt. Ja, mit der... Hast du dir gedacht, Moment, ist das der Herbert? Moment. Der Herbert mag ich nicht. Hast du den Herbert berührt vorher? Eigentlich hat er mich berührt. Ja, stimmt. Oder sie. Ich. So. Und gleich gehen wir noch in das Winners Vegan Restaurant. Ich freue mich schon. Denn wir sind Gewinner. Genau. Was steht da? Holy Temple of St. George. Oh. Heilige Tempel. George. Oh Gott. Das hat auch eine sehr verbreite Name. Riecht, ne? Ja. In Zypern heißt fast jeder Durst. Krass, ja? Wirst du noch auflaufen? Mhm. Kannst du drauf. Das wird ein langer Vlog. Oh ja. Wahrscheinlich 40 Minuten. Ja. Aber nice. Nicees Content. Genau. Weil ich mich wahrscheinlich eher so zusammenschneide, dass ich so eher anfasse. Ah, hier ist dieser Parkplatz. Ah, ja krass. Zum Driften. Oh, das geht voll weit weg eigentlich von da oben. Ist es auch. Schau mal, da ist es. Ja. Oh, da machen wir drauf. Jetzt können wir aber gar nicht so lange her. Ah, es ging bergrunter. Das geht schnell. Ja, das geht schnell, ja. Fack. Das ist ja der Film-Video. Oh ja. Ein Model. Ja, die haben auch so dieses Spiegelding, siehst du? Ja. Da fährt ein Reflektor. Ja. Witzig. Mhm. Mega. Ja. Und jetzt kommt ein Doppelgänger von ihr zu Tiertripsen. Genau. Und nicht Standdoppel, meine ich. Ja. Beautiful. Beautiful. Oh, hier gehts steil runter. Ja. Ja. Wow, okay. Okay. Ähm. Da sieht aber nicht viel sicher aus. Nicht TÜV geprüft, oder wie? Nein. Da kann man sogar runtergehen, siehst du. Ah ja. Oh, ne? Richtig obacht, ich bin gerade wegen den Steinen am Stolper. Wuppert der Mist. Achtung. Ich habe dich. Das ist das schw shit. Ja. Also. Ja. 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 Oh Gott, das ist so krass. Das ist schon krass, ja. Kleine Harzerie. Das schneiden wir raus. Das H-Wort, das Hartz-IV-Wort. Also ich habe Hase bestanden. Immer auf dem Herz hört. Die Sonne geht bald unter. Ja. Ich bin hier auf der Brücke. Das sieht cool aus, ja. Das sieht cool aus, coole Brille ist da auf. Danke. Sonnenuntergang, bang. Da hast du Mülltonne. Ja. So, trusten wir dieser Brücke hier. Natürlich, genau wie der Mülleimer. Safe. Nature, Nature. Nature? Nature, ja. Das sieht echt süß aus. Das sieht wie Hintergrundbilder am Laptop. Stimmt. Wow, das ist hart. Schau dir das an. Richtig viel hart. Fokussier dich. Komm, fokussier dich. Fokus. Fokus bitte, ja. Fokus. Fokus. Waaat. Waaat. Wup. Hey. Wow, riecht der richtig lecker. Die Sonne. Ja. Die Sonne. Ja. Die Sonne. Mwa. Waaat. Hahahaha. Waaat. Es geht echt lange dieser Weg. Ja. Ich wundert mich, ich frag mich mal, ob es enden wird. Ja, gute Frage. Da wo wir gestartet sind. Achtung Gäckchen. Was? Ist ja ganz so rund. Ja. Ein Ziegenbock. Ja, kann echt sein. Da gehts runter. Ja. Da gehts runter. Und da ist der Felsen. Kätzchen? Ah ja. Da kann ich keine Smacking-Fills streichen. Ja, so gut. Sie sieht mich, ich weiß, dass Sie nicht sagen. Ja, ja. Ciao, ciao, ciao. Ja, jetzt sind wir wieder in der Zivilisation. Yes, aber war mega schön da. Ja, mega. Ja. Was ging da denn ab? Keine Ahnung. Vielleicht kam noch am Ende dieses... So witzig genau. Das ist so ein witziges Lied. Ja, da ging es richtig viel ab. Und dann war richtig viel Fleisch überall. Hast du gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Ich habe Fleisch gesehen, ja. Es war so ein riesiger Grill, quasi so gerade. Und dann überall Fleisch drauf. Nicht zu dich, ja? Nee. So köst mal auf. Ja, wie witzig ist! Oh sorry, ne? Na klar. Ich denke jetzt was anderes. Ja... Ja... Ich schicke jetzt was anderes remedien. Das Indischerahamickeum ist ja inikanerisch. Das Indische Zeichen oder wie. Ich weiß nicht. Aber ich denke das Indische departe So. Das ist eigentlich nichts Etherspaper und nicht. Zum Beispiel Businesses sind glaube ich irgendwie alle assistant. Crazy street hier, wenn man von der Natur kommt. Ja, gell? Ich fühle mich wie drei Stunden in der Natur oder so. Gucci auch am Start. Hier sind wir also. Interkannt? Bei diesen Dingsbums. Hier sind wir also. 17.45 Uhr, Feierabendverkehr. Ja. Überall auf der Welt. Ja, genau. Hi. Hi. Danke gleichfalls. Danke sehr. Da ist der Springbrunnen. Viele Menschen am Start hier. Da wächst eine Aloe Vera. Woher? Nein, nicht Aloe Vera, sondern Agave. Eine Agavendicksafpflanze. Tada! Wir sind da. Köstlich, köstlich! Hoffe ich. Ja, stimmt schon. Auf jeden Fall. Winners Vegan. Ach, es ist eine Schokolade. Schokolade. Mhm. Schmeckt richtig lecker. Schmeckt überhaupt nicht wie erwartet. Wirklich richtig. So wie im Schokoladen-Eisbring. Da bin ich mal gespannt. Ja. Ist kalt. Schmeckt echt krass, gell? Göstlich. Mhm. Weiß ich da? Weiß nicht. Vielleicht griechisch. Ah ne, irgendwas mit Wein. Guck ich hier aus. Das Patei ist da. Wow. Das sieht echt. Wie ein Kunstwerk aus. Ja, das ist echt so. Na dann einen guten. Dir auch. Danke. Lecker. Mega. Mega. Magic Mushroom Noodles. Nein, ein miese Mushroom. Miese Mushroom. Miese Mushroom. Echt delicious aus. Ne. Schauen wir mal kurz hier rein. Wow. Juicy, juicy. Ist sogar Blumen dran. Mhm. Mhm. Mech? Mhm. Mega lecker, gell? Hat so ein nussiges Kreme. Mhm. Wow, mega lecker. Ja. Gute Wahl. Gute Wahl. Danke. So und was ist dein Fazit vom Wiener Siegen Restaurant? Das war richtig lecker. Das letzte Gericht, das du dir geholt hast. Magic Mushroom Nudeln. Ja, das war richtig lecker. Miese Mushroom Nudeln, ja. Und dein Smoothie. Und dein Smoothie. Und dein Smoothie. Und dein Smoothie war so lecker. Es hat so wie vegan Schokoladeneiscream geschmeckt. Weil es war noch so kühl und so richtig lecker. Es war Acai und Schokolade. Aber es hat gar nicht nach Acai geschmeckt. Es hat eher nach Schokolade. Und es ist einfach so delicioso. Mega geil. Pancakes waren auch lecker. Oh ja. Es waren auch best Pancakes ever. Echt? Also das will ich jetzt nicht sagen. Aber waren sehr lecker. Waren sehr zimtig. Zimtig, ja. Bin ich so ein Zimt-Fan vielleicht deswegen. Ich mag Zimt. Ja, ja. Das stimmt. Ich mag mehr so mit Peanut Butter und Schokolade und Karamell. So crazy. Und auch noch vegane Sahne. Uh. Stimmt, ja. Vegane Sahne. Kann man nichts mit falsch machen. Ja, nee. Wow. Krasse Kunst. Trämen krasse Kunst, ey. Krass. Es ist Weihnachtet. Markets Straße, glaube ich. Echt? Ja. So was in der Art, ja. Da gibt es auch diese Kronen. Da gibt es Edelsteine. Cool. Da wird ein Film gedreht. Interessant. Hier wird auch ein Film gedreht gerade. Ja. Da haben wir gestern den Vlog beendet. Den letzten Vlog, ja. Vlog? Vlog. Also Vlog. Ich habe Vlog bestanden. Deswegen können wir das jetzt wieder da machen. Ja. Dann warten wir noch, bis wir da sind. So, heute war ein richtig wundervoller Tag mit Nico. Da haben wir heute viele Sachen unternommen. Richtig neißen Spaziergang mit dem Wald. Natur. Kätzchen. Alles Mögliche. Und leckeres Essen. Ich war dafür. Es ist ein gutes Ende. Ein gutes Ende. Ein gutes Ende und ein guter Anfang. Und ein guter Mittelteil. Genau. Alles perfekt. Ja. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann nächstes Mal. Bye, bye. Hihihi. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye.